Hallo zusammen, heute ist Tag 7 meiner Roadtrip-Reise. Gestern habe ich nicht gefilmt, weil ich eigentlich den ganzen Tag nur auf der Matratze hier auf dem kleinen Campingplatz gelegen habe und ein komplettes Buch gelesen habe in der Zeit. Ich hatte aber auch das Gefühl, die Schwellung ist heute zurückgegangen, es tut nicht mehr ganz so weh. Und ja, mein Ziel ist es heute, wenigstens die 12 Apostel zu sehen, weil, also schwimmen kann ich erstmal knicken, weil dafür müsste ich auch irgendwo runterlatschen und ja, das ist irgendwie nicht so geil. Das heißt, ich werde heute die Great Ocean Road abkörpern und so weit es geht halt nicht so viel laufen und Fotos machen. Und ja, dann sehen wir uns später und viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Jetzt nach der Ocean Road, Great Ocean Road, melde ich mich wieder und stehe hier im Rainforest drin. Und, ähm, also diese Riesenphanografie ist uns halt auch bekannt. Und ich werde hier jetzt mal kurz einen kleinen Trip machen, mit meinem Humpelfüßchen. Und, äh, dann geht's heute zurück, aber erstmal zeig ich euch die Bilder hier. Und, äh, dann geht's heute zurück. Jetzt nach der évidemment schweig inschieden microphone. Musik Musik Musik